Da läuft ein Tarn. Knecht. Guck mal hier. Ja, los, los, komm! Alter. Da hat er zugeschlagen, der Phönix. So, liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zur Glenn für dich Werbeveranstaltung. Dieser Whisky ist sehr lecker. Wir spielen heute von El Humbro gefordert den One-Pan-Punch Udyr. Ich habe ihn selber noch nie gespielt, den guten alten Udyr, aber wenn der El Humbro das sagt, was ist los? Was? Udyr. Wenn der El Humbro sagt, das ist gut, dann machen wir das auch mal. So, wir fangen hier im Jungle an und invaden anscheinend. Wir spielen übrigens mit 5 Freemates selbstverständlich. Es ist 1 Uhr nachts wieder. Mittlerweile könnte das echt stimmen. Es ist immer bei mir. 1 Uhr nachts, wenn ich irgendwas anrufnehme, ist es 1 Uhr nachts. 20 nach 0. Geh, Muschis. Sollen wir alle Fakerflash über die Wall machen? Nein. Fakerflash. Ich verstehe aber noch nicht, wie ich das alles schaffe hier mit dem... Höh? Go, Foyt. Go, Foyt, nigga. Wo ist dein... Wo ist dein Stun? Ja, ich bin nicht in Range. Ich meine, Ollen-Fly. Flash! 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 Fuck. Ich camp den jetzt. 12 Sekunden bis zum Hulk. Tam Knecht ist auch da. Fabient. Ey, die gehen auf dich, ne? Ja, da hilft immer einer beim Rap-Buff. Ach so, wir müssen ja nach unten. Und die fangen direkt hier an zu... Komm in zur Mitte, ganken. Mhm. Ich hab jetzt... Ich glaub, wir bumsen jetzt extra, wenn er kommt auf der Botlane. Krass, ich kann so Wolken um mich machen. Ich hab keine Ahnung warum und weshalb aber die wirken krass. Ich komm jetzt gleich auf den Botlane. Ich weiß noch nicht, was ich da getan habe. Was ist denn das? Was ist Jinx hier für ein Code in der Schacht-Champion? Bringt das das, wenn ich das öfters an... Ja. Okay, jetzt hab ich das verstanden einigermaßen. Das war chillig mit dem im Jungle. Alter. Dings geht mir hart auf den Sack. Ja, im Early. Doch, damit kann ich es erleben. Willst du dann mal die Minions? Okay, das war's. Nee, wenn die Kleinen kommen, dann brauchst du halt nicht. Vorsicht. Steht da, nee. Junge, ich kacke das ins Maul. So, den mach ich weiter hier. Oder? War das richtig? Fette Ruhrensöhne. Nein, nein, nein. Wenn's halt Zeit schon abkommt, die Sacken hat zwei... Fäcker Flash! Alter. Alter. I'm so sorry, Lee. I don't get it, was ich hier mache. Ich hab hier nicht mal irgendwie ein Guide oder sowas mal durchgelesen, sondern einfach erst mal ran. Ah, du weißt, wie man U-Dier spielt, ne? Ich hab hier noch nie gespielt in meinem ganzen Leben. Ja, dann die R dreimal ticken lassen, dann die E und dann wieder die R auslösen zum Beispiel. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was du da redest. Oh, Junge. Die S-Gott. Alter. Ich kacke ja so gerade. Das ist diese Schnelle, ne? Oh, ja. Ich komm runter. Ich hab erst... Getart, 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 getart. Jo. Nice Traps. Ich hab... Wo ist dein Hook? Ja, ich hab jetzt erst wieder... Oh, Junge. Nice Hook. Also ich hab 0%... Ah, doch. Einen hab ich schon gehuckt. Oh, Junge. Nice Jump. Der Fiddle-Spasti kommt. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, wir können da nicht hin, wir haben keinen Klaus für den. Eumel-Kopf. Mit dem Smith geht da nicht drauf, ne? Ich hab das... Ich hab das... Muss das Spiel... Also ich muss den erstmal verstehen. Also ich... Muss das Video einfach geschlagen? Ja, R dreimal schlagen, ja? Ich bin den Faker vielleicht. Mhm. Und dann E zum Beispiel. Aber wer weiß ich denn, äh, dass der getickt hat? Ah! I don't get it. Okay, wir farmen erstmal nur, okay? Lucian. So nix machen. Stop, eins kann ich machen. Okay, das ist auf jeden Fall chillig. Wir sind eh schon zoll. Meine W macht Lifestyle, ne? Meine W macht Lifestyle? Ja. Okay. Ja, vielleicht ist gut. Sollte man eigentlich als zweites kick? Oder als erste, das kommt drauf an. Midlane hat sich easy gerecht. Ja, ich wollt' gegangt. Wie hab ich denn jetzt wohl geskillt? Natürlich, doch. Udia ist, äh, chilliger als ich dachte. Der ist aber sehr unattraktiv. Also im Sinne von, du wirst schon, was ich meine. Äh, ich um AP muss ich mir ja kaufen, ne? Das ist ja hier der, der Call. Äh, warte, Udia. Ich werd' hier geblockt. Fuck. Da fährt die Mitte. Du hast aber auch kein Damage draufbekommen, ne? Auf die. Wie soll ich da auch Damage draufbekommen? Ich hab' keinen Flash. Ich hätt' mich geflasht. Hop is warded. Ich hab' keinen Flash und kein Heal. Nice. Nice. Der hat Ignite. Nice. Ja, der gibt dir auch noch mit seinen Bizeps, ne? Boah, Junge. Nice Flash, mate. Dankeschön. I do my very best. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du da verkackst. Ja, wegen seinem scheiß Schilf. Kann ich mir da mal hier den Farm unten nehmen und pushen den Tower? Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Loil, was ist das für eine Summe, was du in meinem Leben gesehen hast? Schneetag. Das war nur das Gegenteil von mir. Voll Abfuck raus. Das heißt, Schneetag. 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 Hashtag. Entschuldige, bitte. Außerdem ist das Lisa Saw. Das ist Lisa Saw, zum Beispiel. Lisa Saw. Und die Dings ist, die Mann hier, Horny. So. So. Ah, er wird Zeit für ein bisschen lutschige AP, ne? Das ist mein Ding. Das trau ich mir auch noch. Ja. Da warte ich noch drauf. Der wardet gerade nach. Ja. Aber nur am River. Der Tam. So, ich hole mir jetzt einen Red Buff und dann versuche ich mal nach oben zu kommen, ohne verschluckt zu werden. Ah, fuck. Well played. Ey, das ist so eine Scheiße hier, äh, Entschuldigung, äh, meine ganzen Glocken spawnen einfach auf der Botlane. Ich hab abgefangen. Ich will jetzt mal komplett die ganze Botlane ablaufen, damit ich meine Glocken nennen kann. Deine Glocken verloren. So was tut mir leid, wenn ich das höre. So. chillig. Oh, der macht echt Laune. Eiße. Aber so ein Point-and-Click-Champ halt, ne? Ja. Das hast du gesagt? Ja. Okay. Okay. He has watered the blue. Willst du AD oder AP? Ich? Ne, Mitte. Hier. Rad. AD. Machst du einen auf Faker? Alter, dieser rollige Schaden, wie gesagt. Der ist echt drüber. Geh mal Mitte ganken. Ja, mach ich jetzt gleich auch. Ich bin jetzt gerade an dem dran. Okay, ich fahr mal Mitte. Hat die Flash noch? Ja. Der Tarm hat gerade den Treewash gewartet. Pff. Was war das denn? Der Baum fackt ab, ne? Der hat einfach Longrange Skills. Alter, was ist das denn? Ja, das ist Syndra. Das ist ja fast ein One-Shot. Dann kenn ich das Problem. Nice, da oben. Sehr schön. Der ist das erste Mal drinnen, dann mehr Top-Lane. Nein! Ja, der hat so krasse Resi. Echt hart. So was liegt denn dann? Nice. Jetzt flamet der. Meinst du? Ja. Ja. Raum? Dings. Ja. Oh fack. Fiddle, fiddle. Wollen wir in uns reinhooken? OP. Was ist denn der Lavo? What the fuck? Oh scheiße. Wie läuft's im Jungle? Oh nein. Oh das, also mit Udals im Jungle ist wirklich super chillig, Alter. Hopp, 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 hopp. Ich bin wieder ein bisschen besser geladen, weil ich mir da zwei Milchschnitten geholt hab. Ja? Ich geh mal nach unten. Keine Kinder-Pinguis. Die Kinder-Pinguis sind nur 8 Stück drin und kostet 199. Milchschnitten sind auch für 10 Stück drin und kosten auch 199. Da könnte ich dir Viertelspar. Der Braum fackt uns ordentlich ab mit seinen scheiß krassigen. Ich bin schon wieder tot. Ich hab keine Chance gegen sie. Nur Ult. Nope. Ach, ihr seid da hinten am... Nice. Ich bin am Weg. Kriegst du den noch? Weg, 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 weg. Lass dich nicht 4. Lass dich nicht 4. Oh shit. Ult. Ja, die knallt dich. Der kriegt mich schon. Der Flash. Aber dann ist das wohl so, ne? Ich versuche jetzt mal kurz Mitte zu roamen. Ich würde lieber an deiner Stelle abbauen als Toplaner jetzt. Der Knecht ist ein bisschen drüber. Piddle macht da einen Dragon. Könnt ihr den Stun? Die Jinx kommt auch. Positiv, die Jinx kommt auch. Mit Laner wird grad gebumst. Was? Alter. Das kann doch nicht wahr sein. 5... Okay, die steht schon 5-1. Das habe ich nicht gewusst. Ja, der Braum ist auch noch hier. Alter, der hat mich ja ge-one-shotted. Aus der Hölle. Die Syndra ist fast down, ne? Ja. Hab ein Ulti ab. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, aber... Well played. Easy. Wie kennen wir euch das? Das ist ein Arsch. Warum stehe ich 4-1? Oder habe ich wieder killed? Du bist mit mir auf der Botlane. Die Vayne-Games, Alter. Wo der Bernd voll reingekackt hat mit Agius. Welche meinst du? Welche meinst du? Da gibt es doch einige. Jetzt kommen die Crew-Stories raus hier. Ich komme nach oben. Zu Tarm Jens. Na Bolleck, du. Der wardet gerade. Nee, doch nicht. Der steht einfach auf der Lane, AFK. Ja, die Jinx, ne? Ist echt... Die Coden am Fall. Wie ist eigentlich der kleine Front? Boah, der Fiddle wird auseinandergenommen. Nice! Ey, Disrespect, Disrespect. Ja, Syndra, Syndra, weg, weg, weg. Ja. Wo ist die Syndra denn? Wadlane. 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 Aber egal, wir haben Weltgames, wir sind hinter mir. Hinter mir und Morana ist behindert. Nein! Egal! Roof! Vorsicht, Jinx to Smith. Nice, wer war das denn? Hat das einer gehört? Aber wie, Alter? Ach, jetzt habe ich das erst wahrgenommen, was das sein sollte. Das ist ja ekelig. Schöner Tunnel. Das ist so witzig mit dem Pinguin. Oh, wie süß! Herrlich. So, der gleiche Finnig ist leer. Was soll das denn? Nee! Geht ja mal gar nicht hier. Full AP. Es wird nur AP gekauft. Drunter mehr läuft bei dir da oben, ne? Was ist eigentlich mit dem Baha? Spielt der denn nicht mehr? Das kann ich dir nicht sagen, so. OG Smap. Ist der nicht gerade in Frankfurt? Die haben nächste Woche doch wieder LCS anfangen, deswegen kann er nicht mit uns spielen. Wo, 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 wo. Muss ich wieder mit seinem Team einspielen, Leute. Ja. Alle Fans von Bernd, der muss sich mit seinen OD einspielen. Was ist mit dem... Alter, was ist mit dem... Ich wollte gerade flashen, du hättest vielleicht nicht ranziehen sollen. Doch. Tell me in Ward, tell me... Oh. Alter, die ist ja sowas von krank. Tell me in Ward, 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 tell me in Ward. Ich hab ja noch. Da hat man sich aber echt Mühe gegeben, ne? Ja, die Snowball-Tales nur noch. Oh. Ha, Wortwitz beim Schneetag skin. Hahaha. Der Gegner hat den Drachen getötet. Amateur, hat der das auch toll. The enemy team has slain the dragon. Sollten wir Mitte vielleicht den Tower beschützen? Oder macht drunter mehr da Push-Action? Drunter mehr macht all day pushen. Ja, jeden Tag ist Push-Day. Immer Brust-Bizeps. Ja, Mann, immer Push-Day. Hungabolik hab Brust-Bizeps jeden Tag. Boah, man... Alter, das kann doch nicht... Okay. Abgefangen. Da sind jetzt Ulti raus. Ich wurde gerade gefasst gewone-shotet. Nein, diese Bootnatterin. Viertel hier. Als ob die das... war das jetzt von ihm? Nice old, you did there, mate. Die Syndra will uns unbedingt, ne? Ja, Mann, die will uns. Können aber auch nix machen, ne? Ey, ich geh mal zurück so schnell ich kann, ne? Mit Udy. Ich hab's mir mal eben von am Schnabel herangeholt. Co-Nasher. Ja, da muss man aber auch mal, muss man ja auch mal Machtwort sprechen, ne? Der Tunde, Hauptsache, David hat so bis zum Base reingepusht. Inklusive dem Tower. Wo läuft das hier im Outland? Wo läuft das hier im Outland? Back. David. Ey, meine Klöten, ne? Die sind überall. Was ist mit dir, Jun? Moin! Moin, Marc! Grüß dich, Marvin! Grüß dich! Moin! Grüß dich! Moin! 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 Ich hab' vor, Attack Speed. Du machst aber viel Schaden. Sag noch ein Wort, die Alt F4. Alt F4. Oh! I stun, mate. Ey, was war das für'n Fiefen? Die Syndra kommt da bei dir, Trundi. Ja, I see them. Ich komme auch. Vielleicht snacken wir dir in der Luft. Ja, wenn du da bist. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ja, egal. Trundi macht die, macht die, der Carried hier. Trundi, Carried, der verschluckt dich mit euch mal. Hm, lecker! Lecker Trundi! Das schmeckt gut! Hinter uns ist ein 40 cm Bizeps Mensch. Oh, Junge! Da, gönnt ihr den. Jetzt wird hier aber losgelegt. Hä? Wo ist denn hier der... ...Nasch aus... ...Dingsbums da? Angriff geht! Easy! 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 Wunder holt! Das ist ein fetter... Hol' ich mir doch. Ey, Jinx pusht bei uns, ne? Aber die... Ich bin jetzt kleiner... Ja, die pushen nicht so schnell wie wir. Das holt mal schon. Ich wüsste nur den Code, der schon hart ist. Boi! Egal. Ich geb' der, ich geb' der, ich geb' der. Ja, ich geb' der. Was macht ihr dafür? Boah, wie du die Outplayed hast! Aber wo war der Phoenix? Brauch' er nicht. Brauch' ich nicht, brauch' ich nicht, brauch' ich nicht. Fettes Disrespect war das! Ohne Phoenix, Junge! Oh! Oh! Mmh! Oh, wie zum Frühstück! Oh, fuck! Oh! 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 So, ich hab' jetzt meinen Job erfüllt. Lol! Ja, nee, mit dir was abgerissen. Jetzt komm' ich mal mit den Teamfights dabei. Ja, Skrips! Wer? Oh! Oh, der Blubuff! Chilligen Udyr! 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 Du eine Dacke! Udyr! Udyr! Ich brauche ihn noch! Ah, noch! 400! Nice! Guck' mal! Knecht läuft vor den Super-Vaser im Weg. Guck' mal! Grab, 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 Grab! Nice Grab! Flash! Best Flash EU! Wow! Off! Off! Oh! Da ist der Reuten-Zone! Ey, ich brauche hier mal... ähh... ...mein... ...Nashos. Tooth. Voll! An der Reutigen Hünde. Da läuft ein Tarn. Knecht. Guck' mal hier! Ja, los, los, go! Da hat er zugeschlagen der Phönix! HAAAAAA JUNG ich muss so schnell weg das glaubst du garnicht Eeeeh eeeeh. Äh eeeeh hast du schonmal ohne ihr gespielt? Unsere Minions haben... Ja 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 ja. Noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Du brauchst gar nicht. Du hast gar kein R mehr. Komm schon. Viele der. Boah wie viel Glück man haben muss ne. Ja ich mach n' Drake. Chillig auf jeden Fall. Das funktioniert ja echt. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Dem Elhombrudem vertraue ich nicht, weißt du? Elhomberto. Er kommt jetzt zum Drakonis. Not today. Cry me a river. Was haben wir jetzt nicht gesagt? Leute, da oben kommt ein Fiddle. Ein Ficklesticks? Ein Fiddle. Der ist richtig gut, der Fiddle. Der ist total klasse, der Fiddle. Der macht mich auf jeden Fall. Total toller Kerl. Der weiß halt ganz genau. Der weiß ganz genau, wo er stehen muss. Der macht. Der tut. Der arbeitet. Der ist total klasse. Der ist total klasse. Der ist total klasse. Der war ein Fiddle. Der war ein Fiddle. Der war ein Fiddle. Prozent so mann Egal, ich hab Tower Gold erinnert aber du, dein Lame ist ganz gut gepusht voll du hast wieder eine Ausgabe der Indivator respawned oh scheiße ab geht's ab geht's der Call ist gemacht wir haben ein Wort auf der Web hehehehe okay der ad der ad Bart, der killt einfach Sündra, 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 lass Sündra machen Sündra, Sündra lol, hat die dann den Blubuffin geworfen? ey du kleiner Arschi bock und bloß mehr, 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 mehr komm, ich komm, ich komm kacke, hab noch einen mitgenommen, wirf da können alle einen Nüsse lupfen weg ist doch wein Frutz drauf rose drunter pusht drunter pusht der pusher drunter der braucht so ein skill mit pusher anzug so ein boss ja die kann leider nur einer haben den anzug naja da bist du recht am start macht doch eben den ein paar die jungen und sich wo man will er hat noch so weit hier ab er war kann durchaus sein dass langsamer reaktionsvermögen langsamer wird kann sein was links in der kalis oder ich habe noch ein bisschen absolut hier Kaffee heißen Haffee mhm Haffee heißen Haffee heißen Haffee eine scheiß Fahrschulmucke durch Fahrschulmusik es gehen bei euch da oben für eine Party ab bei Blitze nein ich wollte trollen mit dem Flash Leute wir müssen jetzt echt mal wieder Serious spielen weil die Syndra nimmt uns allein ja you don't fucking say ich muss ja in Ludens warum hast du überhaupt den Skin? das ist der geilste Skin in dem kompletten Game wer ich? der Richter was? ja das ist der geilste Skin in dem Kompletten oh der find ich schon ich find das schönere ja ciao kleine Wengelfrau da kommt die Ulti deleted ja auch immer er hat sich Mühe gegeben in der Mitte ok nein die hat überall Kifte bekommen wenn jemand aus dem ja oh die Snitch alter oh Jungen der drunter holt sich da alle aber ja mach dir Baron ey mach dir Baron Leute Leute wie hab ich den Tarm noch alter die sind fast tot die können nix machen hast du Ulti? dann wirbel gleich da rein und schnetzel die alle kaputt Amena Amena Triple kill Mixer Mixer Triple ich dachte der Trunda wär noch hier kleine Kack Lappen wo ist die W? W W W W W nice KU 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 J çocuk Sowie Jungen Rage Blade mit dem holen Ey Du schaffst den Baron doch alleine mit du bist Level Tamb1 않는 nicht mit Blitz mit Des Thunder Ja stimmt, er hat nur ein Item Lifestream. Ich brauche nur 3%. Zu Syndra. Wow. Tharm ist hier. Tharm ist da über euch. Zu Syndra habe ich langsam echt Angst. Ich auch. Maximalen Disrespect. Ich habe keinen Wardband. Hier habe ich schon einen gestellt. Okay. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich mache, ich tue. Nein, ich bin tot. Ich hobe die jetzt nicht in uns rein, oder soll ich? Mach es, du es! Der Tharm, der Tharm! Warum nicht den Tharm? Ich verstehe das nicht. Ich habe den doch angegriffen. Du hast den Traum angegriffen. Nein! Doch, wirklich! Oh, da ist noch ein... I don't get it. Die nehmen uns gerade, ne? Ja, die sind da carried das jetzt langsam. Langsam? Die steht 20-9. Langsam. Jetzt übertreib hier nicht. Wir müssen aber noch gewinnen, damit der Advanced auch hochlädt. Guck mal, er fühlt sich gezwungen. Guck mal, er macht, er tut, er sieht... Wo ist der Bart eigentlich? Was chinnt denn da, wenn wir attack werden? Ich bin da, ne? Ja. Ich könnte sagen, äh... Auf die Sünder. Bin all in! Ulti die! Olle, ulti die! Ulti die! Bin oben! Ulti die, jetzt stehen die gerade beide zusammen! Ulti in! Na, ich bin tot! Nein! Tründer kommt! Tründer Carry! Nice! Wo ist dein W? Nicht ab! Das habe ich doch eben schon benutzt! Du kleiner Hase! Tründer! 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 EW! EW! Ja! Nein! Renn! 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 Wieso dodgst du denn nicht den 4? Echt so! Ich muss ein F4 drücken und den Dodzen lehnen! Nice slow you got there, mate! Nice 4! Scheiß drauf! Der ist ein kleiner Hurensohn! Na! Das H-Wort! Ich hab's gesagt! Es tut mir leid! Hupensohn! Es tut mir leid! Hupensohn! I'm sorry! Ich muss 10 Dramaten kaufen! Hält ich hab 500 AP, ne? Ah! Die machen wir aber easy! Auf jeden Fall! Tründer no ult! Nice ult! Äh, Jinx no ult! Äh, hier! Baron! Immer noch kein Life Spiel! Ne, Baron machen die! Alles war geplant von denen! Alles! Von Anfang an! Ich wusste es! Das sind die Illuminaten gegen die wir spielen! Die wussten genau! Die wussten auch ganz genau, dass Bart da jetzt Backdown geht! Wussten auch ganz genau, dass Bernd tot geht! Alter! Ja krass! Nice flash you done there, mate! Die sind auch noch da, ne? Bär, 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 Bernd Aum! Nice ulti! Hahaha! Plus, plus! Wofür findet ihr ein Ult? Das ist ein Statement! Das ist ein Statement! Hm! Was pausen jetzt noch? Tassen! Leute, hilft mir mal hier irgendwer Deffen, oder? Ja, ja, ja! Der, 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 der Johnny kommt! Der schüpft hier rum wie so'n kleiner Stürmer! Da! Hier ist die Syndra! Syndra! Die schaffst du nicht alleine, ne? Die ballert dich! Die ballert den weg! Du musst schon Ulti drücken, schon wenn... Wenn du, wenn du die siehst! Da ist sie! Alter! Das war keine Ulti von der? Nein! Mach sie drüber, ne? Da sind die anderen auch noch, ne? Soll ich den Viertel in uns reinhucken? Wenn der jetzt gleich ultet? Ja, am besten wenn der ultet! Lass es, lass es einfach! Geh mal weg! Obwohl das nur 3 sind, ne? Feminist geworden, alles chillig! Ich hab' die Syndra bekommen! Nice! Wundervoll! Force Finish, Leute! Hier ist Tam! Hier ist Tam! Passt auf! Leute, helft mir doch irgendwie! Der Luciano Ferro kommt! Das war ja wieder total dumm! Und Jinx! Alter! Ich weiß nicht, warum das jetzt so passiert ist! Warum sind sie ein bisschen so reingegangen? Ist GG oder was? Gar nichts ist GG! Nee! 15 Sekunden noch! Der Tründer deft das easy! Ja, der Tründer deft das! Darüber mach' ich mir absolut keine Sorgen! Nö, die Jinx ist maximal drüber! Oh, Tründer! Okay, jetzt folg' denen nicht einfach! Folg' denen nicht, folg' denen nicht! Ulti! Alter! Nice work! Ah, die waren echt richtig schlecht, die Gegner! Läuft! Ja! Oh! Grab ihn! Grab ihn! Warum hast du nicht gegrabbt, Junge? Ach, nice! Halt ihn da aus! Ja, das war's, das war's, das war's! Schade da rum! Nice! Well played! Der will echt finishen! Mach die Minions kaputt! Oh Gott! Well played! Boah, Alter! Das ist maximal drüber gerade, ne? Alter Schwede! Mach ich hab jetzt! Oh! Nice! Ey, bitte lass' dir jetzt Fehler machen! Ja, bitte! Aber 100 pro Backdort hier gleich irgendwer! Soll ich bleiben? Oder ne? Das ist scheiß für die Aufnahme, machen wir nicht! Gib' ihm! Nice! Go, weiter, weiter, weiter! Go, 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 go! Weiter, weiter, weiter! Braun Backdort, Braun Backdort! Ehrenlos, sowas! Ich bin unterwegs, nach Hause! Was? Sweet Damage, mate! Boah! So, ich geh mir an, jetzt eben das Item holen! Nice Damage, mate! Die Hälfte vom Inhibitor ist wieder da, ne? Mhm! Und da ist einfach immer noch tot, what the fuck! Ich will vor, als ob der schon 10 Minuten tot ist! Ey, Tam Knecht weg dort! Ey, was mit Tam, Leute! Ich komm nicht schnell genug hin! Das war's! Nein! Grab ihn weg! Ruck ihn! Nice! Golden Shower, Bruder! Die ist ein Watt! Die ist ein Watt! Ja, äh, ich hab keinen Cleanse! Ja, hol'n Pickboard! Hol'n Pickboard! Warte, ich hol'n mir einen! Ich hab' keinen mehr! Ich hab' keinen Platz mehr! Ich hol'n Pickboard! Warte! Ey, wir müssen das... Jinx unten! Jinx! Ey, irgendwer muss hier bleiben! Ich bleib' hier! Ja, ich bleib' hier! Wir müssen... Wir dürfen erst wieder raus, wenn der irgendwie getötet hat! Ja! Ey, geh du... Geh' du weg ruhig! Die brauchen dich! Ich kann stun! Oh! Hier ist Jinx bei mir! Jinx down! Nice! Mach' den... Mach' den Dings! Mach' den Baron! Drunder! Mach' den nicht alleine! Ich hab' eben schon probiert! Klappt nicht! Ich mach' mit dir! Ich mach' mit dir! Komm, komm, komm! Ja, hier musst du irgendwer in der Base bleiben! Dann bleiben jetzt der Killzar und ich hier! Komm' zum Baron! Drunder! Ich versuch' jetzt grad' den Baron zu machen! Braum wieder! Braum! Da kommt ein Knecht! Da kommt ein Knecht! Da ist ein Mord gestellt worden! Da kommt ein Knecht! Da ist ein Mord gestellt worden! Ist Syndra Bank gegangen? Hilsix ist tot! Ich komm' jetzt in den Baron! Okay, go! Go, go! Go, Baron! Geheben! Was kaufen noch! Was kaufen noch! Brauch' AP! Wird's auch schaden! Nice! Acht' zu Tarm! Tarm! Die gehen jetzt einfach nur noch full auf Finish! Das ist voll der Fehler für die Jungen! Wir schaffen das! Go, 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 go! Wir wollen ulten! Ich komme! Syndra kommt von der Seite! Flame! Ich bin tot! Nice! Syndra kommt zu Dings! Ich kann ihn nicht allein! Ich kann ihn nicht allein! Ich kann ihn nicht allein! Ihr habt Speed! Ihr habt Speed! Kommt! Ich komm hoch! Ich komm hoch! Ich komm zu dir! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ja! Okay! Geht jetzt nicht gereding! Du nimm da die Minions! Minions tanken vorne! Wir müssen alle Wards clearen! Boah! Ich kann jetzt Final Build machen! Alle Wards müssen hier weg! Sonst kommt da gleich ein Team! Boah! Alter! Was ein Matchup! Der wird bald wieder aufbewahrt sein! Wir werden uns einnehmen! Ich bin jetzt Full Build! Ich bin jetzt Full Build! Ihr seid Milite 10! Okay! Da ist er wieder! Steht wieder! Ja! Komme! Mein leif! Got you, got you! No du you, got you! Ok, beanspr Спасибо! Go, go, go! ял! Weck! Weg! Weck! Weg! Weg! Ben! Weg! Ihr auch bard! Drunter! Geh weg, geh, weg, geh, weg! Geh weg, geh, weg! Wir brauchen dich! Die Syndra kommt jetzt gleich wieder! Die Backdorn-Easy dann! corpses Spendwe es! echt dich als def alle topnen beschäftigt noch 46 sekunden und 40 sekunden das war ein kackflash das weiß ich da weiß ich nicht warum das war es jetzt das war ja ich dachte jetzt mit dem bart ist da noch safe ich hab die sind dran ich komme sehen das war's da kannst du nichts machen außer der blitzkönig zieht jetzt den penta denn full life penta easy hätten wir jetzt eine leona april leona kann er nichts machen nein gg war kein gg war schade drum aber hat was sehr geklappt liebe freunde das war es an dieser stelle es ist mittlerweile ein uhr morgens und da kann man nur sagen ja danke alle rekabolek du hast auch ein youtube channel ne ja da kann man auch vorbeischauen ja würde ich aber nicht machen eurer stelle schlecht nein guckt vorbei bis dann tschau